Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin momentan bei 22.900 US-Dollar. Wenig Veränderung, unsere Trades wurden trotzdem ausgestoppt. Warum, wieso, weshalb, warum? Schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video an. Außerdem droht jetzt wirklich eine Korrektur. Paul spricht heute Abend um 18.40 Uhr. Komische Uhrzeit hat sich ein bisschen verschoben im Gegensatz zum Wochenausblick. Aber gut, werden wir auf jeden Fall auch einen Blick drauf werfen. Doch bevor wir wie immer starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr keinen Bock mehr habt, irgendwelche Updates zu verpassen. Oder keine Trades mehr, dann kommt da gerne rein. Und natürlich auch gerne in die Talkgruppe, wenn ihr sonst irgendwelche Fragen habt. Gut, und damit genug Eigenwerbung gemacht. Wie gesagt, wir traden momentan bei ungefähr 22.900 US-Dollar. Wir befinden uns weiterhin in unserem Downtrend. Wir haben weiterhin tiefere Hochs, aber keine Lower Lows. Und daran hat sich nach momentan Stand noch nichts geändert. Dieses Low hier drüben, was wir hier bei den 22.759 gebildet haben, wurde mit Stunden-Close immer noch nicht durchbrochen. Das heißt, wir wurden hier immer wieder schön aufgekauft. Wir blicken mal ganz kurz auf den Daily-Close, wie es da aussieht, weil da haben wir ja gestern drüber gesprochen. Und auch da haben wir kein Lower Low gesehen. Das heißt, wir sind weiterhin, obwohl wir ein Lower Low, sage ich mal hier mit diesem Wix gebildet haben, immer noch in einem Abtrend. Und solange wir eben dieses Lower Low auf Daily-Sicht nicht haben, unter diesen 22.977, bin ich weiterhin hier bullisch unterwegs. Auch wenn es momentan charttechnisch einfach noch nicht so mega gut aussieht, der Downtrend überwiegt trotzdem, es kann relativ flott gehen. Und ich habe es ja gerade eben schon am Anfang gesagt im Video, um 18.40 Uhr, ich bilde mir ein, am Samstag, wo der Wochenausblick war, haben wir 18 Uhr gesagt. Aber gut, der alte Mann braucht bestimmt ein bisschen länger auf das Podest. Aber gut, schauen wir mal weiter. 18.40 Uhr wird Polen nochmal sprechen. Natürlich, wir hatten die NFP-Zahlen am Freitag, die jetzt nicht sonderlich gut für uns waren, für den Markt natürlich oder generell für die Leute, die Jobs suchen, Bombe. Aber für uns halt nicht. Und für die FED ist es jetzt auch nicht unbedingt das große Ziel gewesen, dass solche guten Arbeitsmarktdaten sind. Es könnte den Markt natürlich nochmal ein bisschen runterziehen. Trotzdem, wir müssen, um hier weiterhin bullisch zu sein, meines Erachtens nach auf jeden Fall hier aus diesem Downtrend ausbrechen und über diesen oder wieder in diesen Abtrend reinkommen. Und da ist weiterhin das Ziel hier, die 23.350. Ich habe immer noch keinen Long hier offen, bin aber so langsam aber sicher, hier wirklich überlegen, ob ich vielleicht doch diesen Long nochmal kurzfristig wage, um hier nochmal in die Position reinzugehen. Wir haben mittlerweile hier wieder ein höheres Tief gebildet. Das sieht schon mal ganz gut aus. Liquidität gibt es hier unten erst einmal keine. Und für mich weiterhin eben diese Zielmarke, die 23.350 US-Dollar. Kommen wir da drüber, bin ich auf jeden Fall bullisch bis ungefähr 23.8 bis 24K. Hier oben wird sich dann meines Erachtens nach an der Ineffizienz entscheiden. Gehen wir über 25 oder sehen wir möglicherweise die Korrektur bei 21.6. Und das ist weiterhin für mich das übergeordnete Ziel. 21.6, beziehungsweise hier zwischen 21 und 21.6. Je nachdem, wie tief er einerseits in dieses Void rein möchte, in diese Ineffizienz, in diese Vektoren, die hier unten überall sind, da auf jeden Fall keine Limit-Ordes. Ich hantiere momentan ungern mit Limit-Ordes, deswegen gibt es die Setups. Entweder immer nur im Video, damit ihr wisst, okay, wo ich reingehen würde, oder dann halt relativ spontan in der Telegram-Gruppe. Aber wie gesagt, jetzt nochmal ganz kurz anschaulich das darzustellen, machen wir mal das ganz kurz weg. Wir müssen über diesen Downtrend rüberkommen. Ich möchte hier über die 22.977, also da über diesen Daily Clause, wo wir darüber gesprochen haben. Da möchte ich rüber. Vielleicht ein schönes, bestätigtes Breakout. Dann möglicherweise in die Long-Position rein. Und dann eben 23.350, 23.8. Das sind die Ziele, die ich im Laufe des Tages möglich sehe. Sollten wir dann, sag ich mal, morgen noch Bullish oder heute Abend zur Rede nichts Bearishes passieren, bin ich weiterhin auf dem aufsteigenden Ast und sage, okay, wir können locker noch Richtung 25k auf jeden Fall nach oben hinsteigen, bevor wir dann möglicherweise die erste 20% Korrektur sehen. Wir schauen uns das ganz kurz mal an, von eben hier oben, von dem 25 bis runter, wären es dann 13%, gehen wir Richtung 21k runter. Dann haben wir so ungefähr unsere 15 bis 20% Korrektur, die es meines Erachtens nach auch im Bereich des Möglichen ist, um ein höheres Tief zu bilden und dann, sag ich mal, die Rallye bis 30k fortzusetzen. Aber warten wir heute Abend mal ab 18.40 Uhr, was Paul genau spricht. Kurzfristig auf jeden Fall noch Bullish aufgrund des Daily Closes. Trade werden wir vielleicht in den nächsten Stunden auf jeden Fall nochmal eingehen, da werde ich dann nochmal was dazu sagen. Und dann blicken wir rüber zu Ethereum, wie sieht es denn da aus? Auch hier Trade ausgestoppt nach Take Profit 1 und Take Profit 2 mit einem Lower Low und da haben wir wieder so ein bisschen die Gegensätze. Ihr erinnert euch letzte Woche, Ethereum hat gemacht, was es wollte, es hat sich nicht nach Bitcoin orientiert, hat einfach seinen eigenen Weg gegangen. Auch hier jetzt wieder Lower Low gebildet, zwar nicht mit Schlusskurs, was man auch dazu sagen muss, aber mit eben diesem WIG und auch mit ordentlich Liquidität, die hier unten reingekommen ist bei diesen 1.605, liegt aber auch natürlich daran, wir haben hier einerseits dieses Hoch von hier drüben getestet vom 31. Januar und wir haben natürlich hier auch dieses Void und die Ineffizienz. Das heißt, die Chance, dass wir immer mal wieder ein bisschen tiefer gehen, ist relativ hoch, wenn nicht sogar bis 1.588 und da haben wir ja eben drüber gesprochen. Und das ist eben der Grund, warum ich dann auch gesagt habe, Stop Loss auf Entry, weil über Nacht, vor allem in der Asia Session in den letzten Wochen immer deutlich mehr Bewegung reinkommt. Und dann sieht man eben hier bei Ethereum sind wir halt jetzt eben ausgestoppt. Auch hier warte ich möglicherweise auf ein neues Trade Signal. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir eben hier nochmal runterkommen, um diese Liquidität zu fischen, dann sogar bis 1.588 und dann nochmal einen neuen Anlauf hier oben in die Region um 1.660 US-Dollar starten. Das ist weiterhin das übergeordnete Ziel, da haben wir gestern drüber gesprochen. Ineffizienz, 1-Stunden- und 4-Stunden-Supply-Zone, die hier oben eben liegen. Und da oben wird sich dann, wie wir gestern schon angesprochen haben, entscheidend meiner Meinung nach. Setzen wir die Reise nach oben hin fort, bestätigen also hier dieses Golden Pocket da oben in diesem Bereich, dann kann es nochmal hoch in Richtung neuen Hochs gehen. Ansonsten werden wir hier oben eben am Golden Pocket rejected. Haben wir meines Erachtens nach technisches, tieferes Hoch. Damit wäre die Aufwärtsstruktur komplett durchbrochen, beziehungsweise gebrochen und dann können wir auch nochmal Richtung neuen Lows gehen und dann müssen wir gucken, wie tief es geht. 1.560 ist dann auf jeden Fall erstmal dieses Ziel auf diesem Abtrend, den wir hier gebildet haben. Ansonsten bricht dieser, kann es dann auch relativ flott Richtung 1.400 US-Dollar gehen. Aber das sind jetzt Ziele, die glaube ich jetzt nicht, dass wir im Laufe des heutigen Tages sehen. Kurzfristig 1.588, Bereich des möglichen. Long-Position nochmal einloggen, beziehungsweise hier in diesem Bereich an diesen Lows. Wir schauen uns ganz kurz an, was das vom Risk her bedeuten würde. 1,14 bis maximal 1,9 Prozent, je nachdem, wo wir hier den Stop-Loss dann setzen. Müssen wir mal gucken, wie dann spontan halt eben die Reaktion ist. Wie gesagt, es wird spontan laufen. Ich möchte keine Limit Orders hier reinsetzen momentan und dann hier oben auf jeden Fall die 1.660 anlaufen. Das ist das Ziel, das ist der Weg. Spaß beiseite. Aber hier oben wird es sich dann meines Erachtens nachher entscheiden. Tieferes Hoch, Strukturbruch. Wir brechen durch das Golden Pocket. Dann bleibe ich auf jeden Fall bullisch. Gut, das soll es das erste Mal gewesen sein. Später kommt dann noch Illivium. Haben wir uns auch noch nie angeguckt, deswegen kommt es. Ich habe natürlich eure Altkonvention gestern unter den Kommentaren gelesen. Gerne auch weiterhin eure Altkonvention unten in die Kommentare reinschreiben. Wir kommen noch ganz kurz zu den News-Updates. IOTAs Live-Anwendung gegen die Energiekrise gemeinsam mit Energieknipp. Kenne ich nicht. Aber bei IOTA tut sich ein bisschen was mal wieder, nachdem es hier deutlich, deutlich ruhiger geworden ist. Also für alle IOTA-Liebhaber, schaut euch den Artikel gerne bei CryptoGuru an, beziehungsweise Link ist auch in der Telegram-Gruppe drin. Dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite, gibt es heute sonst. Ja genau, also Illivium kommt heute Mittag oder heute Nachmittag dann noch als kleines Update-Video. Und dann würde ich sagen, war es das von meiner Seite, gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signal-Gruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates. Kann ich nur auf genug betonen. und ansonsten warten wir mal ab, was Ethereum und Bitcoin so im Laufe des Tages machen. Wie gesagt, Trades wird relativ spontan gepostet. Gut, dann Leute, Like da lassen, Abo da lassen. Wir hören uns später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.